Hallo zusammen! Eigentlich ist es schon relativ spät, aber ich habe jetzt gerade noch so ein bisschen Lust, die Jellyplate, hier meine Gelatineplatte auszunutzen, bevor die ganz vertrocknet. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich habe mir schon Papier zurechtgeschnitten und wollte jetzt eigentlich für meine Serie Steine was machen. Und zwar schneide ich mir jetzt hier aus dem Papier einen Stein aus und versuche also auch das mit dem Cutter zu machen, hier auf dem Brett vielleicht, damit ich die Ränder nicht verletze. Also es soll eine Innenform ausgeschnitten werden und die Außenform soll auch unversehrt bleiben. So, mit dem Cutter habe ich jetzt hier die Schablone ausgeschnitten. Halt, ich bin noch nicht ganz fertig. Jetzt noch einmal rund. Jetzt ist sie durch. So, einmal negativ, einmal positiv. Und um die Sache zu vereinfachen, gebe ich die Farben jetzt direkt auf das Tablett, bzw. auf die Jellyplatte. Und ich kann direkt mehrere Farben mischen. Nehmen wir einmal das Cocker. Und als zweite Farbe, das ist schon ins Trocken. Als zweite Farbe hier etwas von der Pains Grey, Pains Grau. Das ist schon ein bisschen eingetrocknet, deswegen muss ich das jetzt mal ein bisschen wegnehmen. So. Okay. Also sehr experimentell heute. Dann mische ich das auch. So, das ist die Grundlagenfarbe. Jetzt könnte ich da noch Strukturen reinbringen. Und zwar... Nicht mehr zum zusammengeknuddeltes Tuch. Und tupfe da mal einfach so rein. Ich knüdel das noch ein bisschen anders. Tupfe da nochmal rein. So. Dann könnte ich noch mit einem ganz runden, nicht spitzen Bleistift, um die Oberfläche nicht zu verletzen, da noch so eine Linie rein zu zeichnen, sozusagen. Und dann lege ich einfach mal... Ja, ich drücke jetzt erstmal das komplette Blatt. Und schau mal, was da rauskommt. Und schon eine schöne Struktur. Jetzt mache ich den zweiten Druck, der wird blatter werden. Okay. Immerhin aber auch noch schön. So. Ich könnte die Rolle jetzt etwas sauber machen, wenn ich mit anderen Farben arbeite. Und dann noch eine zweite Farbe auflegen. Oder aber ich mache es mir ganz einfach. Ich lasse das jetzt einfach so. Und ähm... Walze die Platte jetzt einfach mal mit einer weißen Farbe ein. Ich gebe also etwas Weiß drauf. Eigentlich bräuchten wir die nur auf den Hintergrund. In die Mitte brauchen wir die gar nicht. Also mehr an die Seiten. Wir können das rein weiß nehmen. Wir können aber auch noch mal ein bisschen von dem Ocker dazugeben. So an verschiedene Stellen. Ich stufe das jetzt einfach mal so drauf. Dann kann man das besser verteilen. Na, das ist schon ein bisschen fester. So. Dann wird das so ein Creme weiß. Diese Streifen können da ruhig drin bleiben. Und da sind die Streifen von den Wändern von der Rolle. Ich kann da auch noch weitere Streifen zu machen. Indem ich ganz vorsichtig hier mit der Kante drüber gehe. Ohne die Gelantine einzuritzen. Ganz vorsichtig. So ein bisschen Struktur. Ich ziehe das noch mal ein bisschen glatt. Ganz vorsichtig. So. Jetzt suche ich mir eine schöne Stelle aus, wo dieser Stein dann hin soll. Nimm diese Positivschablone. Leg die auf diese Stelle. Und halte es so fest. Setz hier unten an. Und lass oben los. Drück fest. An den Rändern auch. Und schauen wir mal, wie das so aussieht. Wir lupfen das mal ein bisschen. Ja, das kann noch ein bisschen weiter angedrückt werden. Ja. Okay. Dann haben wir so eine Art Steinstruktur. So. Jetzt machen wir einfach noch mal diese Umgebung. Das können wir jetzt eigentlich auch noch mal da drauf legen. Und noch mal abdrucken. Das ist etwas blasser. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen intensivieren. So, diesen hellen Stein. Den könnten wir jetzt auf ein farbiges Blatt drucken. Ich habe hier mal ein Bogenpackpapier. Den lege ich jetzt mal auch so drauf. Guck das einfach an. Und nehme damit einfach die Restfarbe auch ab. Versprende damit nichts. Ist auch sehr schön, denke ich mal. Das kann man auch verwenden. So, das lasse ich jetzt einfach drauf. Und mache einfach noch mal eine neue Schicht weiß. Weil mir diese Umgebung von den Steinen nicht weiß genug war. Beziehungsweise noch ein bisschen andere Tönung verlangt. Hier auf der Alufolie rolle ich mal ein bisschen von dem Ombra gebrannt aus. Die ganze Rolle da ein bisschen mit eingewalzt ist. Und nehme das mit zu dem Weiß dazu. Dann ist das so ein bisschen gebrochenes Weiß. So. Das kann jetzt ruhig auch relativ dick aufgetragen werden, weil das ja auch deckend sein soll. So. Jetzt muss ich allerdings hier, wenn ich hier nochmal drüber drucken möchte, und das möchte ich, damit diese Felder weg sind, müsste ich die Positivschablone hier nochmal genau drauflegen. Weil diese Partie muss ich ja schützen. So. Dann drehe ich das Ganze rum. Und lasse es... Oh, ich glaube es hat sich leider verschoben. Ein wenig. Das wird jetzt in die Hose gehen. Hm. Naja, wir drucken das jetzt trotzdem mal. Das ist leider ein bisschen verschoben. Hat der Stein eine andere Form bekommen und hat jetzt hier oben so einen Schatten. Dadurch, dass sich die Schablone verschoben hat. Ist aber auch nicht schlecht. Das hat was. Ähm. Das zweite Blatt werden wir jetzt auch nochmal so bearbeiten. Machen wir das Weiß drüber. Für den Hintergrund. Die Schalzone. Auf das Bild drauf. Jetzt werden wir das ein bisschen besser festhalten müssen, sonst klappt das nicht. Also einmal aufsetzen. So. Jetzt können wir es loslassen. Mal schauen. Der zweite. Ja. Das wird mir schon wesentlich besser. Die beiden lasse ich jetzt nochmal liegen. Und mache jetzt einfach mal einen neuen Versuch. Und das geht jetzt in zwei Treffer. Bis zum nächsten Mal in dem, D 여기 governmentsquartig. Hierjeeling mit dem. Denn провер Oh, ich esse mir ja eigentlich echt! 혹 eine... Irsen. Oder. 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 Or. Oder. 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 Is. Oder. Oder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also für mich war es total spannend und ich hoffe für euch auch.